20. September, 17.15 Uhr, Seitenstetten, Schacherhof, Diözesanleitungskreis der Katholischen Jungschau St. Pölten. Liebe Jungschau Herzogenburg, danke für die Nominierung. Wir kommen ja natürlich gerne nach. Und wir nominieren weiter die Diözesanleitung der Katholischen Jungschau in Innsbruck, unsere Wichtel-Diözese. Dann alle St. Pöltener Jungschau-Gruppen, die am Kalaedio waren. Und die Karriere in St. Pölten, unsere Bürokollegen. Egal. 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 Man. Oh Gott, ich bin das. Oh Gott, ich bin das. Oh Gott, ich bin das. Übeln wir auch schon. Wir haben es super gemacht, der Chef hat es sehr gut gemacht. Chef Ruhe, Chef Ruhe, Chef Ruhe! Chef Ruhe, Chef Ruhe!